Ja! Willkommen bei einer neuen Folge von Sockstar! Der kommt von meiner Hauptrolle in Sockcity. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, oh, ich bin jetzt schon ganz außer Puste. Halt doch mal auf die Laber. Was müssen wir denn da jetzt genau machen? Tapetsnummer? Oh ne! Also für die Rolle der Eliza, das ist so die Hauptrolle, eine sehr wichtige Rolle. Da brauchen wir eine starke Frau, die muss beeindruckend sein. Sehr talentiert und körperlich fährt Akrobatik am Tapets und so. Hallo, ich bin die Dagmar und ich fange jetzt an. Hallo, mein Künstlername ist Ulf. Hallo, ich bin die Calliope. Ich bin eine erfahrene Trapez-Künstlerin und ich hoffe, hier ist alles TÜV geprüft. Hallo, ich bin die Daisy und ich fand Zirkus schon immer toll. Ich wollte immer schon mal im Rampenlicht stehen und da oben so rumschwingen, wie eine Prinzessin, wie im Himmel. Das ist mein Traum. Die ist aber süß. Tja, gleich sieht sie nicht mehr so süß aus. Also ich finde, wir sollten da mal eine Ausnahme machen. Gell? Wir finden schon was für dich. Ja, aber ich... Aufs Tapets darf ich jetzt nicht. Geh da nicht hoch. Hm? Hm? Ja, gut aussieht sie schon. Tja. Hi, ich bin die Iris und ich zeig euch jetzt mal, wo der Hammer hängt. Schau mir bloß nicht auf den Arsch. Hi, ich bin die Lola und ich bin hier für diese Trapez-Nummer. Für die Rolle der Eliza. Ja, ich kann das. Ich mach das schon jahrelang. Na dann zeig mal, was du so drauf hast. Wie ihr wollt was sehen? Okay. Okay, dann nehmen wir die eben, oder? Ja. Die anderen sind ja alle Mensch. Ey, du bist genommen. Okay, klar. So sieht Erfolg aus. Du bist dabei. Give me a chance of city. Please don't make me cry. If I look at this chance of city. I will kill myself and die. Was klatscht ihr denn so blöd? Was klatscht ihr denn so blöd? Okay, wo ich die